Hey, das ist nicht die Akte, nach der Sie suchen? Naja, anders. Ist das nicht die Akte? Ist das nicht die Akte, nach der Sie suchen? Das ist sie, brillante Arbeit, Jami. Das verschafft mir doch glatt einen Energieschub. Wo ist der nächste Halbmarathon? Konzentrieren wir uns fürs Erste auf mentale Kraftübungen. Hm, wo steckt denn Barton schon wieder? Hier bin ich, Inspector. Ich hab die Fotos entwickeln lassen. So schnell. Die Fotos sind entwickelt. Ich staune, Barton. Sie haben sich ja tatsächlich nützlich gemacht. Die Rezeption durch Simonika war mir dabei behilflich. Das wäre auch somit alles, denke ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Inspektor. Ha, nicht der Rede wert, Emi. War doch ein Klacks. Danke auch Ihnen, Inspektor Jeremy. Nichts zu danken, aber da ist noch etwas, was mir nicht aus dem Kopf geht. Oh, was denn? Hier, sehen Sie mal diesen Bericht. Ein paar Sachen darin sehen ziemlich verdächtig aus, wie ich finde. So wenig stichhaltige Beweise. Und sehen Sie mal hier, nur eine einzige Zeugenaussage. Hm, gut erkannt, Jelmy. Verlass dich auf Jelmys Gespür, Emi. Er hat den richtigen Riecher für solche Fälle. Nein, eigentlich nicht. Er hat einen kleinen Riecher, aber dafür drunter ganz viel. Wisst ihr was? Mir reicht's jetzt. Emi, ich komme mit dir. W-was? Ja, wieso denn? Jelmy, Sie übernehmen so lange meine Arbeit und halten Sie meinen Fanclub bei Laune. Nein, kann denn nicht Jelmy mitschicken? Und warten? Ja. Naja, aber dann würde ja Professor Layton auf Inspektor Jelmy treffen, was ja im ersten Teil, der ja so gesehen dann der vierte Teil wäre. Wobei hier ja jetzt der vierte Teil ist, der ja im Grunde der erste Teil wäre. Äh, jedenfalls in der chronologischen Abfolge würden sich Jelmy und, ähm, äh, Layton erst später begegnen. Die könnten sich ja zufällig immer verpassen oder so. Das wäre lustig, ja. So Slapstick-mäßig, ne? Eine geht zur Tür raus, der andere kommt durch die andere Tür rein oder irgendwie so. Ganz genau. Ist klar, wie soll ich das bei der enormen Mitgliederzahl bitte anstellen? Hey, geh ins Fitnessstudio, Jelmy. Mach mal hier ein paar ordentliche, ordentliche Kraftübungen. Und nicht bloß Eierschaukeln. Schöne Reise, Goroski. Ich will Barton nochmal ansprechen. Okay. Na los, ab mit ihnen. Vor Ort sind sie von größerem Nutzen, Mann. Danke, Jelmy. Ich brauche dringend ein wenig Auslauf. Das ist eine Ermittlung, kein Sportausflug. Oh, Mann. Sportausflüge werden nämlich organisiert durch... Nein, das sag ich jetzt nicht. Oh, je. Saft durch Bäume. Oh. Und sobald wir mit meinem Roller wieder in Stellarys sind, dann... Mein Roller... Oh. Ist was? Äh, ich mein... Ist was? Naja, ich bin aus meinem Roller nach London gekommen und... Der hat nur einen Sitz... Übereinander gestapelt. Und zwar eher auf ihrem Rücken. Ein Roller für dich, zwei Füße für mich. Wir sehen uns dort. Ich brauche etwas Bewegung. Der will jetzt nicht wirklich nach Miss Tellery laufen, oder? Ja. Sie wollen laufen. Ist nach Miss Tellery? Moment, das kann ich auch, das kann ich auch. Ja, natürlich will er das. Oh. Mist. Laufen, aber bitte doch. Ich sprinte nach Miss Tellery. Das möchte ich jetzt bitte in einer Zwischensequenz sehen. So Sonic-mäßig mit so Schraubbulten an den Füßen noch. Na gut, Inspektor. Wir sehen uns dann vor Ort. Na, aber sicher. Und nicht vor Überraschung vom Rollerkippen, wenn ich dich links überhole. Links überholen? Oh, war ja. Moment mal. Achso. Fällig. Eben. Links überholen. Also normalerweise überholt man doch in England rechts, denke ich mal. Nehme ich mal an. Ich weiß es gar nicht. Ich lebe meine Arbeit. Wie geil. Du liebe Güte, ein Tempo hat der gute Traum. Genial. Oh, Speicher. Oh. So läuft der. Was ist mit dir? Nichts. Man sieht da nur, wie er so zeitlupenmäßig läuft. Oh. Jakes, der Unfehlbare. Hm. Das frage ich mir auch. Ob Emmy so ganz alleine zurechtkommt? Nie und nimmer. Äh. Aber natürlich. Um Emmy müssen wir uns gewiss keine Sorgen machen. Sie ist nur so eilig aufgebrochen. Hoffentlich fährt sie vorsichtig. Aber, aber, Luke. Niemals wird sie vorsichtig fahren. Hast doch gesehen, wie sie mich überholt hat. Am Anfang. Das Ganze. Nee, hat er nicht gesehen. Nein? Stimmt. Stimmt. Er war da gar noch nicht da. Wenden wir uns lieber weiter, äh, wieder weiter unseren Ermittlungen zu. Wie Sie meinen, Herr Professor, was steht als nächstes an? Pennen gehen. Fernsehen gucken. Äh, wir haben noch so einiges über den verstorbenen Herrn Bart in Erfahrung zu bringen. Ariana verriet uns, dass die Menschen in Miss Terri nicht gut auf ihren Vater zu sprechen waren. Das sagte sie, ja. Und glaubst du, dass dies der Wahrheit entspricht, Luke? Also ganz unter uns, Professor Meister. Da habe ich keine Ahnung, was und wie Erwachsene so denken. Haha, schön gesagt, Luke. In jedem Fall müssen wir der Sache nachgehen, wenn wir Arianas Vertrauen gewinnen wollen. Sie haben wohl recht. Hören wir uns noch ein wenig auf der Straße um. Oh. Hoppla. Monochrome Katzen und royaler Fußboden. Hat der Typ was? Ich guck mal. Nee. Hat er nicht? Ja, hat er nicht. Gut, sonst ist auch nichts, wa? Jo, dann gehen wir wieder raus. Jo. Wir müssen einen Kater finden. Der? Nö, hat auch nichts. Bla, 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 bla. Das Schild, bla. Okay, scheint nichts zu sein. Irgendwo. Okay, Alter. Na dann. Aber das ist schade, dass wir das nicht gefunden haben. Diese Straßenlaterne wurde ohne Zweifel von dem Phantom so zugerichtet. Ganz bestimmt. Seit dem Tod von Herrn Bald hat das Phantom bereits mehrere Male zugeschlagen. Die meisten Häuser wurden wieder aufgebaut, aber die Straßenlampen sind noch nicht repariert worden. Luke, erinnerst du dich noch, wo genau das Phantom überall erschienen ist? Nein, erinnern kann ich mich nicht, nein. Aber, Moment. Klick. Da hat er ein Notebook. Äh, ein Notizbuch. Hier, schauen Sie mal. In diesem Buch habe ich mir alle Orte aufgeschrieben, an denen das Monster zugeschlagen hat. Ich dachte mir, dass das eines Tages nützlich sein könnte. Ich... Ich bin sprachlos, Luke. Was denn? Sind die Aufzeichnungen etwa nicht gut genug? Ganz im Gegenteil, Luke. Dein Forschertalent ist überaus beeindruckend. Meinen Respekt. Das sind herausragende Daten, die ein perfektes Fundament für solide Schlussfolgerungen darstellen. Je mehr Informationen wir sammeln und verbinden können, desto näher kommen wir der Wahrheit. Also war meine Arbeit nicht umsonst? Mitnichten. Das hast du wunderbar gemacht, mein Junge. Los, lass uns unsere Suche fortsetzen. Der was? Nein, bitte nicht. Er hat einen Kaugummi, immer noch. Mensch, solange wie der auf dem... Hä? Der redet richtig viel. Oh. Aber solange wie der schon auf dem Kaugummi rumkaut, der muss doch schon längst Fade schmecken, oder? Geh nochmal zurück und sprich nochmal mit dem. Der hat echt eine Menge zu erzählen. Na und? Ich weiß nicht, um was es geht, aber ich hab gerade gedacht, es nimmt gar kein Ende mehr. Was? Ihr wollt mir Fragen stellen? Schwirt ab, aber plötzlich. Ihr könnt hier nicht einfach so die Leute ausfragen. Mein Papa wirft euch ins Gefängnis. Wir hörten, dass dein Vater eine geschätzte Persönlichkeit in dieser Stadt ist. Natürlich ist er das. Er hat schließlich den Fall Bart gelöst. Haha. Äh, heh heh. Alle schauten bloß dumm aus der Wäsche, bis mein Papa die Sache in die Hand genommen hat. Er hat irgendwie gruselige Augen, oder? Ja. Bei dir auf dem DS auch? Ähm, ja. Oh. Dein Vater war also für den Fall zuständig? Na sicher doch. Er hat Bart's Testament zu sicherstellt und einen Augenzeugen gefunden. Diese Stadt kann echt von Glück sprechen, dass mein Papa über sie wacht. Bemerkenswert. Und wie? Da könnt ihr Gift draufnehmen. Luke, weißt du etwas über einen Augenzeugen, der Bart's Toad beobachtet haben könnte? Nein, tut mir leid. Ich machte mir solche Sorgen um Ariana, dass ich nicht mehr daran dachte. Das verstehe ich. Ich hoffe nur, dass Emi neue Erkenntnisse über die Angelegenheit gewinnen kann. Ja gut. Von dem Augenzeugen wussten wir ja dann schon. So, äh, links, rechts, links, rechts. Äh. Äh, Yamato? Oder wie der hieß? Ja. Yamada. Yamada. Der Polizeichef hier soll sowas wie ein Wunderbulle sein. Sie nennen ihn den Unfehlbaren. Er soll jeden Fall lösen können. Ergo kümmert er sich bestimmt gerade um das Phantom. Ein Polizist ohne offene Fälle muss in der Tat außerordentlich begabt sein. Ein fähiges Köpfchen ist ja toll und so, aber das alleine reicht heutzutage nicht mehr. Die Frisur auf dem besagten Köpfchen muss mindestens genauso glänzen wie bei mir. Wie auch immer, die Polizei scheint wirklich immer genau den richtigen, äh, die richtigen Viertel zu räumen. Luke, sagtest du nicht, dass Dolan die Leute nach deinen Voraussagen warnt? Dolan informiert die Polizei und die kümmert sich dann um die Evakuierung. Ich verstehe, die Polizei war bei unserer Ankunft in der Tat äußerst aktiv in North Eli. Ich würde diesem unfehlbaren Herrn recht gerne selbst einmal gegenüber treten. Und im Goldenen Garten mit dem Phantom und der Stadthexer ein Tälchen trinken, ja? Die haben doch alle einen Knall in dieser Stadt. Hm, die Ausgrabungsstätte des Goldenen Gartens haben wir noch gar nicht begutachtet. Die ist gar nicht weit von hier, wenn Sie mal einen Blick darauf herrschen möchten. Als Professor der Archäologie kann ich darin natürlich kaum widerstehen. Und wir haben sowieso etwas Zeit, bis Emmy wieder zurück ist. Na dann los, Herr Professor, wir müssen nur ein Stück nach Westen. Danke, Luke. Ist doch selbstverständlich, das gehört schließlich auch zu unseren Ermittlungen. Und jetzt die hier? Oh, ein Rätsel! Was? Wieso hat noch nie jemand Luke gefragt, woher er überhaupt weiß war und wo das Phantom zuschlägt? Vielleicht kommt das noch. Ja, aber das wäre so das Erste, was ich gefragt hätte. Woher weiß denn das überhaupt? Oh, die hat ein Rätsel! Warst du die nicht zufällig? Ähm, ich glaube schon. Eigentlich wollte ich die Stadt wegen dir zunehmen, Angriffe ja verlassen. Aber dank Polizeipräsident Jakes fühle ich mich wieder sicher. Er hat mir sogar angeboten, mich für die Unannehmlichkeiten zu entschädigen. Natural, ja. Auf dem Lande kümmern sich die Behörden eben noch um ihre Bürger. Dabei wurde unsere Einreise nach Miss Teleray anfangs verweigert. Die Legende vom Goldenen Garten hat uns sie heilig geführt. Aber erst wies man uns ab. Wie haben sie sich dann zutrittvershaft? Die Straße war abgeriegelt, wissen Sie? Aber dann sind wir drüber geklettert. Nein. Ach so ähnlich. Über die Straße. Dann sind wir nicht über die Berge gekommen. Das Phantom schien gleich während unserer ersten Nacht in der Stadt. Die Polizei hat schnell reagiert. Sie regelte alles ab und ich konnte keinen Blick erhaschen. Und seitdem halten Sie sich hier auf? Ist das richtig? Nun, ich wollte den weiten Weg nicht umsonst auf mich genommen haben. Und alle hier sind so freundlich. Meiner Freundin war der ganze Hokus-Pokus aber nicht geheuer und sie hat sofort Reiß ausgenommen. Oh, hier ist ein Foto von ihr. Könnt ihr erraten, welche von den Frauen sie ist? Nein. Beste Freundin. Beste Freundin. Hier siehst du meine beste Freundin. Sie hat blondes Haar, trägt keine Brille und hat ein Muttermal unter dem rechten Auge. Findest du die beste Freundin? Ja. Sie trägt keine Brille. Muttermal unter dem rechten Auge. Ah. Äh. E. Ich würde sagen, es ist E. Ja, würde ich... Auch. Warum? Weil wir das rechte Auge nicht sehen, aber das ist die einzige, die blond ist und keine Brille trägt. Die einzige, die auch blond ist und keine Brille trägt, ist C und hat das Muttermal aber unter dem linken Auge. Ja. Also E. Zu leicht. Geht ja heute Schlag auf Schlag. Ja, zack, zack, ich. Wir müssen ja irgendwann fertig werden mit dem Ganzen. Das ist wahr. Richtig, die gesuchte Freundin ist eh blablubla blub. Okay. Warum heißen die Leute eigentlich immer so komisch A, B, C, D, E? Oh, Park im Dämmerlischt. Den goldenen Garten haben sie aber dann noch nicht gesehen, oder? Leider nicht. Am Ausgrabungsort war ich zwar, aber da gibt es nichts Sehenswertes. Sogar die Archäologen haben ihre Zelte abgebrochen. Bildlich gesprochen meine ich. Das Lager steht noch. Ach, ich bleib trotzdem hier und genieße die ländliche Atmosphäre. Ab und an taucht das Ungetüm zwar auf, aber das mindert nicht die Schönheit dieses Ortes. Das Essen ist köstlich. Die Polizei denkt an meine Unkosten. Was für ein Leben. Dolce Vita. Shut the hell up. Too much information. Ob das so üblich ist, dass die Polizei Leuten ihren Urlaub zahlt? Die Stadtbewohner sind über die Ausgaben der Verwaltung wohl nicht unterrichtet. Aquarium? Aquarium. Fehlt immer noch eins. Ja. Park im Dämmerlischt. Dann gucken wir mal. Auweia. Das Aquarium gleicht einem ruhigen Park in der Abenddämmerung. Wichtig ist hier der Bereich über dem langen Efeu. Wasserefeu. Geiz nicht mit deinen Bläschen. Jetzt haben wir alle Münzen in 10 Sekunden. Ich lass ihn erstmal flitzen und guck wie er fliegt. Ich würd sagen... Schau mal da was hin. Ich muss erstmal da einen hin machen. Wenn ich... Ja. Nochmal. Rein da. Und los. Gucken wir mal. Plopp. Aha. Dann mach ich eine... Aha. Aha. Eine noch. Hm. Wohin denn? Die letzte. Los. Hm. Warte mal. Da hinten muss irgendwie... Schuss. Schuss. Ne. Das hat nichts gebracht. Halt. Halt. Okay. So. Zack. Zack. Das hat nichts gebracht. Okay. Probier ich's mal so. Also das ist auf jeden Fall Schall. Das ist alles Käse, was ich jetzt gemacht hab. Los. Hm. Hm. Oder. Los. Ne. Es könnte natürlich sein, dass... Das war schlecht. Warte mal. Puh. Puh. Was wenn ich... Ähm. Wenn ich das jetzt... Hier. Ne. Das war nix. So vielleicht. Ich hab's geschafft. Ich will aber auch noch. Das war auch nix. Hm. Wie hatte ich denn das jetzt? Ähm. Weiß ich nicht. Ich hatte auf alle Fälle oben an diesem Bömmel einen. Da. Genau. Und die anderen beiden hatte ich rechts auf der Seite. Und zwar einen unten. Ganz unten. Rechts auf der Seite. Ach rechts. Ganz unten hier? Mhm. Ganz unten den anderen. Hm. Äh. Einen weiter rechts den unteren. Genau. Und. Den da? Und den dritten hatte ich glaube ich... Warte. Das will ich selber. Ich will selber. Okay. Ja. Genau so hab ich's. So. Jetzt weiß ich's wieder. Und. Äh. An dem hier? Mhm. Genau. Ah. Uh. Hui. Jee. 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 Geschafft. So. Wie viele Minütchen hätten wir noch? Fünf Minuten hätten wir noch. Also wenn wir vielleicht noch einen Kater schnell finden, dann... Das ist okay. Wo, wo saß denn denn? Wo war denn einer? Wo waren die denn? Ah, warte mal. Geh mal zurück. Geht denn nicht. So. Das ist ja. Das ist ja.